Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astro unterwegs. Und zwar ist heute wieder Mittwoch, das heißt für mich, ich öffne wieder meine beiden Mythic Plus Chests. Und zwar einmal die von meinem Alichar und die eine von meinem Horden-Char. Und ja, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ich bin jetzt auf dem Alichar, also quasi meinen Nicht-Rager, der mittlerweile 358 equipped ist. Und ja, mit dem habe ich eine 8er gemacht, wie gesagt, mit dem mache ich Achievements, aber Gearing ist jetzt mit dem nicht im Vordergrund, weil er, wie gesagt, nicht im Raid-Betrieb ist. Ich würde sagen, wir machen die Kiste auf. Letzte Woche hatte ich nicht so viel Lack, da habe ich nur Mist rausgekriegt, sowohl mit dem Horden als auch mit dem Alichar. Und was kriege ich diesmal? Oh, ein Azerid-Item, 370, das kann ich sogar tatsächlich brauchen. Hätte ich nun mal einen 10er gemacht, dann hätte ich jetzt einen 385er, schade, schade. Aber das ist wirklich was, was mir weiterhilft und das ist eine tolle Sache. Und ich kriege Tiefenpfuhl. Ich weiß jetzt nicht, ob die Woche schwierig ist, aber es ist natürlich eine... Warte mal, das war ein Kopf, das war gar keine Brust. Oh mein Gott, das sah aus wie eine... Das Icon sah... Okay, nein, das Icon sah auch aus. Okay, never mind. Also wir haben einen Kopf gekriegt, das kann ich aber auch gebrauchen. 370, jetzt bin ich 360 im Durchschnitt equipped mit dem Char. Dafür, dass du noch nie einen Raid von innen gesehen hast, also zumindest jetzt im Battle for Azeroth, ist es doch schon mal ganz nett. So, jetzt kommen wir zum Wichtigeren, und zwar zu meinem Raid-Char. Der ist natürlich wesentlich besser equipped, da bin ich jetzt 378 equipped. Wenn ich die Handschuhe nicht verkauft hätte, die in meinem Mythic-Modus getroppt sind, dann wäre ich sogar... Oh, ihr seht gerade hier, mein Interface ist verschoben, dann re-logge ich nochmal ganz schnell. Ich wäre ja sogar 390, äh, 390 noch nicht, aber 380 wäre ich zumindest equipped. Aber ich hatte ja die Handschuhe verkauft, die habe ich in Ulder-Mütik bekommen. Da mir, was habe ich so verkauft, 400, 500k irgendwas dazwischen, das war dann doch zu viel Gold, weil ich jetzt leider auf der Horden-Seite nicht so viel Gold habe, weil ich ja normalerweise Allianz spiele und nur jetzt mit dem Chai hier raide, muss ich ein bisschen gucken, wo ich mit dem Gold hinkomme, aber knappe Mille habe ich jetzt wieder und ja, raiden können wir dementsprechend. So, jetzt gucken wir, was wir für ein Item kriegen. Ich habe, äh, eine Elfer, glaube ich, gemacht. Genau, eine, eine Elfer, oh, jetzt ist das weg. Also ich hatte eine Elfer gemacht und was habe ich jetzt gekriegt? Schultern. Und hier sind es natürlich dann 385, ähm, ab Stufe 10 kriegt man quasi 380er bzw. 385er, ähm, Items. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das, also brauchen kann ich es auf jeden Fall, was kriege ich. Das Schöne ist, ich kriege, oh nein, King's Rest, das ist zwar auch eine Mount Innie, aber King's Rest ist immer ätzend. Das Schöne ist, dass ich, weil ich eine Elfer gemacht habe, direkt einen 10er-Key kriege und das ist eine nette Sache. So, äh, wenn ich das jetzt hier anlege, dann sind wir jetzt 379,12, ja, äh, also relativ nah an 380 mittlerweile schon dran. Ihr seht, der Chai ist natürlich wesentlich besser equippt, weil er einfach, äh, ja, mein Rager ist und ich mit dem auch, äh, im Mythic Raid unterwegs bin und da auch schon, ja, einige Teile bekommen habe. So, jetzt schauen wir mal, was das an Trades drauf hat. Ähm, ich hoffe jetzt mal, dass es nicht ganz beschissen ist, aber ja, das sieht jetzt irgendwie nicht so gut aus. Ähm, okay, das gefällt mir schon mal nicht. Jetzt schauen wir erst mal, also jetzt, als erstes gucke ich mal die High Trades an, weil das ist immer ganz interessant, ähm, Betäubung, okay, das ist Mist, wenn ihr Schaden, ja, gut, das, das ist ganz okay, würde ich mal sagen. Dann schauen wir mal hier das hier an. Wenn ihr Schaden verursacht, besteht eine Chance, körperlich, mhm, hm, 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 hm. Das haut mich jetzt ehrlich gesagt hier nicht so vom Hocker, zumal ich habe dann auch keine Laser Matrix mehr drauf, oder? Da muss ich mal schauen, was haben wir hier, ähm, eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, 8 Sekunden lang einen Effekt auszulösen, und was kriegen wir? Tempo. 700 Tempo ist eigentlich gar nicht so verkehrt für mich, und das andere wäre hier dieses Rasenreaktion, aber das ist sehr, sehr schwach vom Scaling hier leider. Leider, leider ist das sehr schwach vom Scaling, sonst würde ich das hier nehmen. Dann nehme ich lieber den Tempo-Buff, das bringt mir im Endeffekt mehr. Nehmen wir das hier noch mit. Und die anderen Sachen kann ich noch nicht... Oh, das ist 28, das ist aber hart. Die anderen waren doch niedriger, oder? 26 und 25. Oh, das ist sogar jetzt auf 28 und 33. Okay, da brauche ich dann doch noch ein paar mehr Punkte. Was hatte ich dann auf den 370er-Schultern drauf? Ja, da hatte ich das hier drauf. Ist sehr, sehr nett für Active Mitigation zum Poolen, wenn man gerade nicht tankt. Und ja, das hat auch nicht so schlecht gedamaged hier. Das war eigentlich auch nicht schlecht mit den Stacks. Ja gut, dafür sind es natürlich wesentlich mehr Stats, wenn wir jetzt hier drauf gucken. Das sind, ja, 130 Ausdauer sind es quasi mehr. Und ja, 60 Agi. Also ich muss es fast als Tank anziehen, zumal ich auch noch mehr Rüstung drauf habe. Ja gut, die Rüstung ist jetzt gar nicht so viel mehr. Gut, die Effekte sind jetzt nicht top, aber es ist auf jeden Fall ein Upgrade, was ich brauchen kann. Nicht so wie letzte Woche, wo ich eine Waffe bekommen habe, die 380 war und ich aber eine 390er schon habe aus dem Mutual Grade. Und ja, zumindest soweit ein Upgrade. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, ob ich jetzt genau hier dieses Neuerschaffungsfeld habe ich quasi dadurch noch. Also das passt. Das versuche ich halt immer. Also einmal sollte man es auf dem Gear haben. Hat einfach den Hintergrund, dass man dann diesen extra Buff auch nochmal zusätzlich bekommt. Gut, das war es eigentlich. Konnte beide Items dieses Mal brauchen. Ist eine nette Sache. Freut mich auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal, was ihr bekommen habt. Ob ihr auch vielleicht irgendwas Cooles rausbekommen habt. Und ja, damit wären wir wieder am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.